Ich bin der Detektiv. Die Tür gefährlich aus. Hey zusammen! Wo seid ihr? Als Detektiv ist es meine Pflicht alle explosiven Gegenstände zu entfernen. Wo ist das Brett? Ich kann die Waffen aber hier nicht aufheben. Oh, ich bin runtergefallen. Ich schmeiß dich jetzt aus meiner Wohnung. Wer ist Detektiv? Ich bin Detektiv. Kann ich eine Heal Station haben? Okay. Wenn du mir sagst, wo du bist. Ich bin gegenüber vom Pool. Komm her. Gegenüber vom Pool. Also auf dem Gebäude gegenüber vom Pool. Ich lauf hier einfach mal irgendwo hoch. Keine Ahnung wo ich bin. Ich hab eine Heal Station gelegt. Warte. Wo ist sie? Dankeschön. Ich hoffe, dass ich dir vertrauen kann. Natürlich. Ich hätte dich schon längst töten können. So mit One-Hit. Weißt du? So mit One-Hit. Ich will aber nicht mal alleine mit Peter sein. Also wenn der Detektiv plötzlich still ist. Warum ist er zu krass für dich? Wer steht da oben? Ist der Moor? Ich stehe da oben. Der Moor ist dort im Rauch verschwunden. Das kann nur ich gewesen sein. Zombie der Zauberer aus den Löchern. What the fuck man? Oh fuck quack. Wer ist der Zombie ist das? Okay. Ich beobachte euch alle. Bleib bitte. Ich würde nicht sagen. Aber Taddle lebst du noch? Taddle? Okay. Wir haben das erste Todesopfer. Taddle mit dem Spaddle. Achtung Zombie. Das ist eine Rauchgranate. Warum liegt da schon eine Hellstation? Ja weil ich eine braucht. Taddle die dahin geworfen hat. Nö. Taddle kann die gar nicht dahin werfen. Warum nicht? Ja weil er kein Heiler ist. Er ist Damage-Diener. Mr. Moor? Siehst du gleich du fast durch die Luft fliegen? Ja ich probier's. Hä? Wo seid ihr denn jetzt? Ne hab ich noch nicht. Achso. Schade. Ich hab das fast gesehen aber ich sehe kein Zombie. Hä? Was heißt? Er schmeißt hier alles wild. Hä? Die überwegen sich Gegenstände. Ah! Ich werde angeschaut. Oh oh. Warte er ist tot. War er Traitor? Hallo? Warum redet hier keiner mehr? Ist CS aus? Hallo? Ich hab Angst vor dir. Oh fuck da oben ist auch ne einer. Oh nein da ist auch ne einer. Hier sind überall welche. Warte lass mich erst durchgegeben. Danke. Hey. Oh fuck fuck fuck. Oh. Jawollah. Peter war Traitor. Mo 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 mo. Hä? Peter hat doch zuerst auf mich geschossen. Hilfe! Ich hab aber auch gedacht. Weil Peter noch so mitgemacht hat. Ich glaub der ist gestorben. Mo Dado war super gemein. Weil der ist genau vor mir gewesen in einer dunklen Gasse als ich Traitor wurde. Ich glaub der hat drei Sekunden geschmiert. Das ist natürlich dann ein Geschenk. Hier wo Traitor steht kann man da drücken. Traitor in case of emergency. Das kann ich keine Waffe aufsammeln. Aber hey wenn die Runde anfängt werde ich eh respawned. Oh yeah. Ist doch gar nicht so traurig wie man denkt. Okay ich bin Detective. Boah jump and run. Wer hat denn da schon ne Leiche alter? Every day im Jumping. Ich. Ja Tal ist doch irgendwo runter gesprungen. NPC Leiche. Gibt's denn NPC Leiche auf der Map? Ja hier. Ich hab alle. Da wird's ja was geben wenn die Tarker. Hey da ist ja ein Laser drin in dem Haus. Achtung Hilfe. Alle komm hier rein. Hier ist ein Laser drin. Ich hab eigentlich ne Wasser in dem Haus. Aber wo seid ihr denn Freunde? Könnt ihr mir das nicht sagen? In dem Traitor Haus. Ah ok. Warte da wo's brennt. Oh Mist das ist sie runtergefallen. Da wo's brennt hab ich. Ja was ist denn das hier für ne Map alter wo muss ich hin? Ich verirr mich die ganze Zeit. Turtle ist auffällig. Erst zweitemal Traitor nacheinander. Ja das ist richtig. Und diese Runde wird bestimmt so gut ausfallen wie die letzte. Du bist drin. Yeah. Pass auf ich werde weg sein. Achtung da kommt einer rein. Der zielt auf uns. Jetzt ist er auf einmal weg. Oh fuck. Oh. Nein. 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 Sehr gut. Und wir haben überlegt halt. Wer hat das aktiviert? Wer war das? Das ist so weg. Aber es sah richtig witzig aus. Auf einmal geht's runter. Wollte auch grad den Knopf drücken und hab gedacht du stehst eher auf dem anderen Haus. Achso. Ja ich hatte ihn schon mal gedrückt aber dann hat's nicht geklappt. Ja ich hab auch gedacht du hattest ihn gedrückt deswegen bin ich dann mit rüber gelaufen. Wie schnell geht dat denn? Da kann man ja gar nicht raus. Was ist? Ah. Ok. Hallo Granny Morgan. Hallo. Die Leber. Oh nein die Leber. Die Leber. Die Leber. Ich hab ihn nur erlebt. 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 Was hat mich geschossen? Ich glaub ich muss die wegwerfen, es sieht du noch an meiner Hand. Aua what the fuck? Es wird sich in meiner Hand. Töt uns. Die Leber war grade bei mir. Ich bin von ihm weggelaufen. Wer ist da gestorben? Oh oh. Ich bin hinter dem Audado. Vorsicht, Vorsicht. Ganz ruhig. Vorsicht, ich töte dich gleich. Nein, nein, nein. Natürlich nicht. Ich will nur sagen. Wer war das da oben, he? Oh nein, nein. Du drückst den Knopf wieder, ne? Hab ich keinen Bock drauf. Geht das? Nee. Muss Traitor glaub ich sein. Rifle. Ich will ne andere Waffe. Rück du mal. Nee, geht doch nicht. Wie geht das denn? Ja, einfach hier auf den Knopf. Mit E. Da oder wat? Nee, geht gar nicht. Dann willst du doch so an der Hand kommen, oder? Nee. Okay. Okay. Ich schieße auf Zombie, weil er gerade Mr. Moore getötet hat. Mr. Moore hat er gezolltet? War ja nicht Detective. Und ich sag einfach nichts an, weil ich der Beste bin. Richtig scheiße grad. Du bist ja Baba oder wat? Dein Baba, Alter. Ich sag's dir. Wo bist du hin, Zimbel? Sag doch an, damit ich weiß, wo du bist. Dann können wir uns treffen. Hä? 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 Ist runtergelaufen. Ich hör dich nicht. Wie ist das passiert? Was hast du gemacht? Du bist einfach von der Kante nach links gelaufen. Äh, warte, sehr witzig, lass mir noch was testen, wenn gerade noch kurz Zeit ist. Achso, ja klar. Ne ohne Witz, was ist passiert? Ne, du bist runtergefallen. Okay, ich bin so an der Leiter so weggeglitscht irgendwie. Ich kann's gar nicht mehr aktivieren. Dachte schon irgendein Zymber hatte wieder Newton-Launcher oder so. Nee, ich wollte mich teleportieren danach. Ich nicht. Ich bin auch hier. Ich bin da. Ich hab mich selbst angezündet. Da oben steht. Nein! Keine dummen Witz jetzt. Geil, ich weiß gar nicht, was ich hier für eine Scheiße mache. Du bist ein und brennt's. Ich sagte keine dummen Witz. Nee, nee, mach ich ja nicht. Mordado, Mordado, Mordado. Du bist ein Babaus. Magst du mich heilen? Ach doch, hier ist die Leiter. Da ist, oh Peter, nicht so viel hab ich hier töten. Ja, oh Gott! Es fänd ich nicht nix. Die Passaktion war gerade gut. Es laggt einfach wie Scheiße. Ja, das laggt, glaub ich, in dem Haus. Laggt richtig übertrieben. Ja, Scheiße laggt bei mir auch immer. Ja, das Haus, wegen dem Haus hat's geleckt, als es eingebrochen ist. Mr. Moorgame? Ich lebe noch. Nee, nee, ich bin ja nicht da gewesen. Ach so, das Haus ist weg? Geil. Ach, das Haus? Alter, Mr. Moorgame. Nee, nee, ich hab mich ja weggeportet. Ich lebe noch. Ich war nicht da. Ich war nicht da. Nee, nee. Ich war wirklich nicht da. Ich hatte mich aber so Angst. Ich war wirklich nicht da. Okay, ich glaub, es ist Mr. Moorg. Ich war aber wirklich nicht da, ich schwöre es. Das ist durchaus ein Argument. Warum schießt ihr auf mich? Ich hör doch jetzt auf, auf mich zu schießen. Was? Ich schieß gar nicht. Mr. Moorgame, warum hast du eine Fake-Leiche hingelegt? Hey, greif die suche Mr. Moorgame. Oh, wen gibt's hier noch? Ich komm nicht die Leiter runter an. Oh, hab ich das Sniper weggebrochen, ich wollte eigentlich zurückwechseln. Ich hab hier einfach einen Meter. Ich hab hier einfach einen Meter. Die Stelle, wo meine He-Sation liegt, ist einfach so ungut. Au. Au. Das war eine riesige Runde. Er setzt Troik Davi, so gibts schießt ihr nicht einfach in den Kopf. Ich hab ihn 80 Mal angeschossen in den Kopf. Er hat dich getroffen. Warum hast du nicht aufs Explosionsfass geschossen? Mr. Moorgame ist auf dich geschossen, die Leiter. Wie oft wurde Zombie jetzt in diesen scheiß roten Tränen? Oh, ich hab auf mich geschossen hier, ne? Hallo? Nein! Was passiert? Ich hab ihm nur ein Fass vor die Schnauze geworfen und er hat Angst gekriegt. Oh Gott, aufs Fass wird geschossen. Ich hab Angst. Oh, wer hat denn da geschossen? Ich bin Detective, ich bin Detective, also ganz ruhig. Detective? Ich hab alles im Griff. Ich weiß genau, wer der. Oh, Junge, geh mit dem Scheiß weg, Alter. Wo ist er hin? Da spiel ich nicht mehr mit. Spiel ich mit dem Feuer! Junge! Das hat mich gestreift und eine HP abgezogen. Junge, wirf mir... Mr. Moorg hat mir... Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, ich würde mich selber umrüfen. Okay. Was machen die denn da? Mr. Moorg hat sich selber gesprengt. Ich untersuche ihn. Wer ist das Detective? Ich bin Detective. Ich hab nur noch 11 HP. Ich kann keine mehr holen. Warum nicht? Weil ich noch meinen Punkt ausgegeben hab. Ja. Wofür? Okay. Das verrate ich dir nicht. Falls du Detective bist. Ich hab nur noch... Ich hab nur noch 11 HP. Tja. Mr. Moorg mir so ne komische Platte in den Kopf geworfen. Das musst du jetzt leben. Das hab ich doch umgebracht. Und dann hab ich versucht ihn zu töten. Ja. Und bin einfach dabei... Also hab einfach gar nicht getroffen. Okay. Und dann... Dann hat er sich selber getötet. Was war eigentlich? War er jetzt Traitor? Hast du geguckt, Maudado? Hä? Er war Inno. Hab ich doch gesagt. Der Detective befiehlt euch übrigens, dass wir uns jetzt alle bei dem Poolhaus versammeln. Kommt alle zu dem Haus. Ja geil. Der hat die Reicht von Mr. Moorg da hinten aufgehängt. Ja. Kommt dahin. Ich auch. Wo denn? Die hängt da an dem Turm, glaub ich. Da. Da oben. Peter komm her. Aua. Peter bist du gestoppen. Wow, es ist Maudado, es ist Maudado. Maudado hat geschossen. Nein, ich hab nicht geschossen. Doch, Maudado ist... Nein. Aua. Ihr dürft Maudado töten. Ihr müsst ihn töten. Wo ist der denn? Fuck, Zombie is it. Zombie is it. Na, Baba. Wer ist noch da? Ich kann eh nichts mehr anrichten. Ich werde einmal angeschossen, bin ich weg. Ganz ruhig. Ich bin Detective, Peter. Bist du wohl bist du? Ah. Hä, wer war's denn jetzt? Paddel. Nur noch wir beide waren über. Hä? Aber David wäre... Du warst Detective und ich Weihnachten. Kacke. Ich hab die dahinter. Kacke. Hätte Mr. Moorg mich nicht gekillt, hätte ich noch... Was heißt gekillt? Der hätte mich nicht so krass geschwächt ohne Grund. Ja, ich hab gedacht... Der hätte mich jetzt killen können. Dann hätte ich noch ein bisschen was machen können. Dann hätte ich noch ein bisschen was machen können. Wolltest du denn immer schwächen? Hmm. Hmm.